Ich muss warten bis er bei mir angezeigt wird. Sieht schon mal interessant aus. Also wollen wir mit den ersten, soll ich dich triggern, item anfangen. Item? Schau nach Werbung, ich will das du Geld verdienst. Nice, ich habe ganze 13 Cent verdient durch die Werbung. Reich, ich bin reich. So, bist du drin? Yes. So, das erste was wir haben, ist eine Unterlegplatte. Das ist aber geil. Und Sterling Cooking Skills. Das könnte ich meiner Freundin schenken. Komm, fangen wir mit den an, weil es oben drauf liegt mit dem allseits gewohnten T-Shirt. So, ich habe das Logo auch noch nicht gesehen. Ich glaube die amerikanische Größe ist ein bisschen breiter als die deutsche. Ich meine, da passe ich, da passe ich dran rein, guck mal. Das ist immer so. Ich muss eigentlich immer die Nummer kleiner bestellen. Egal, ich kann deine Freundin ein Nachthemd anziehen. Ja, jetzt geschlafen wird es reichen. So, dann haben wir anscheinend hier einen Doppelpack. Das gehört wahrscheinlich zusammen, nehme ich stark an. Kuscheltiere. Rick & Morty. Geil. Ich bin halt überhaupt kein Rick & Morty Fan. Was? Die setze ich mir einfach ins Regal. Weiß ich nicht, das ist so Kifferhumor für mich. Ja, voll geil. Vor allem wenn du ein bisschen was drauf bist. Ja, ich nicht. Aber ich habe die Serie auch nicht gekifft und durchgeballt. Boah, anscheinend ist das Thema für diese Box Rick & Morty, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, in Fortnite ist ja auch Rick & Morty Thema. Aber guck mal, hier ist dieser, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, den komischen Hund. Ist auch ein Blüschtier. Der ist von Rick & Morty der Hund. Weiß ich nicht. Ja, der nimmt von der Folge, wo der Hund auf einmal selbstständig ist und die Hunde die Welt übernehme. Okay, kenne ich nicht die Folge, aber... Okay. Eine Papptüte. Bitte lass dir jetzt keine sauchen Gummibärchen drin sein, das erinnert mich. Okay. Ich werde sie noch rauslaufen. Hier ist drin ein Button. Mit 73, keine Ahnung was das heißen soll. Wahrscheinlich auch ein Rick & Morty Insider. Weiß jetzt auch nicht. Vielleicht Mord 73 oder 75. Und anscheinend Kaubbonbons oder so. Mr. Explosion. Glück hier im Philip, Philip Bubble Gun. Ja, ich will dann mal in irgendeinem Stream rein. Guck mal, aber ich würde das erstmal wieder kalt legen, wäre bei der Hitze. Kaugummi. Dann haben wir... Kuchenteller. Wir denken ja an alles. Zwei Stück. Aber ich war hier noch gar nicht fertig. Weißt du, was da noch drin war? Lego. Sorry, Klemmbausteine. Hey. Das ist ne Wertanlage. Nicht auspacken. Keine Ahnung was das ergeben soll. Keine Ahnung, dass manchmal wenn mir langweilig ist. So, die Kuchenteller. Wollen wir uns mal die Kuchenteller angucken? Ja, schaut mal aus den Schilddinger. So spott, dass ich um Geld für die Schildkaufe. The Cake is a lie steht hier drauf. Take it's online. Das ist wahrscheinlich... War schon mal nicht so schlecht aus die Teller, ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Insider, den ich nicht verstehe. Aber in Englisch richtig brauche ich das. Ja, weil, weißt du, ich bin... Ah, der Kuchen ist ne Lüge, heißt das. Psycho. Oh, ich aggressiv aber auspacken würde. Ne, ne. So, das ist nochmal derselbe Teller. Wenigstens ein schönes Set. Steht sogar Get Digital hinten drauf. Get Digital. So, dann haben wir noch zwei Sachen. Eine Bausteintasse. Ja, aber es schaut aber nicht angenehm draus aus, daraus zu trinken. Ja, deswegen guck ich sie mir jetzt an. Für Heißgetränke. Kompatibel mit Lego. Oh man. Ja, aber ich glaube nicht, dass es geil ist, daraus zu trinken. Glaube ich auch nicht. Das tut schon hier übel weh, alleine diesen Griff in die Hand zu nehmen. Weil hier diese Nippel sind, weißt du. Das ist ne geile Idee. Man kann da Sachen dran pappen, aber... Ja, stelle ich mir auch nice vor. Aber das ist so eine. Die lass ich, so wie sie ist in der Packung. Fass sie niemals an. Und irgendwann vercheck ich die für den Fobi. So sieht's aus. So, dann haben wir noch eine Metallblade. Mit... Mit... Wo ist das? Super Mario Bros mit irgendwelchen zwei Rentnern. Vielleicht ist Luigi Mario ein Rentner-Style. Minze mit Schwertern und Axtinnern. Denke ich nicht... Tins sein. Ich kann's dir nicht sagen. Vielleicht... So. Haben wir noch... Loot-Malbuch. Das ist aber was für dich. Guck mal. Malbuch. Ganz schön ausmalen. Das Ding ist nicht mal immer über die Linien. Also es ist nix für mich. Hattest du mal ein schönes Motiv raus? Zusammengefasst. Sieht alles kacke aus. Ich mal immer über die Linien. So. Guck mal hier hast du sogar die Preise was sowas kostet. Hast du die Teller für 17 irgendwas? Was hast du für die Box? Für die Box 41 glaube ich. Ich glaube da bist du auf den Wert von der Box oder? Oder bist du? Ne 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 ein bisschen drüber. Ah super nice. Geekbutton 73 Sheldon. Sheldon der nerdigste Nerd aus der Serie Big Bang Theory. Die 73 zu seinen Lieblingszahlen erklärt. Ah. Guck mal hier stehen sogar die Beschreibungen dabei. Ach stimmt da war ja sogar eine Folge. Da wo er es brutal geöffnet hat. Hier plächelt Super Mario Bros. Sie sind auf einer ewigen Mission. Müssen schwierige Hindernisse überwenden und zusammenarbeiten. Um ihre bösen Gegner zu besiegen. Ja runter steht doch Super Mario. Moria. Lol. Moria Bros. Oh. Die Rede ist natürlich vom Jump'n'Run Spiel Herr der Ringe. Ah. Hast du eine Switch daheim? Boah. Die nächste Box. Tor. Tor Loki Thema. Nächste Box. Kann ich mir geil vorstellen. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Die habe ich natürlich abonniert. Und ja sonst haben wir hier Bullshit. Geht. Hehehe. Psycho. Was? Egal. Ich schreibe gerade. Ich habe gerade sprachmachig gemacht. Ehm. Ehm. So. Tasse. Baller. Tullu. Tasse. 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 Tasse.